Hey zusammen und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider meine ich. Ich werde diesen Spielnamen niemals in meinen Kopf bekommen, zumindest nicht bei der Unmod. Fortfahren. Ach ja, ich liebe schon diese Ladeschirme. Die dauern auch kein bisschen lange oder so. Monitor. Gut, währenddessen mein zweiten Monitor wieder hochfährt, überleg erst mal... Ach, das ist hier, okay. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo wir sind. Das ist schön kalt, kann ich mir vorstellen. Sind Sie das, Jacob? Lara, passen Sie auf. Sie sind überall. Sie werden Probleme bekommen. Da ist er, erledigt sie! Verdammt! Scheiße! Oh, hier ist noch was. Ach, Lara hat hier noch gearbeitet. Dran und so. Zum ersten Mal seit Wochen werden die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Anna. Oh Gott. Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit hat sie Dad auch beobachtet. Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. Also... Ich halt einfach gefühlt nichts ausrüsten kann. Kann ich die Jacke jetzt wieder anziehen? Ja, geil! Und weiter. Uh, hier ist noch was. Das nehmen wir noch. Oh, ist voll. Super, wie ich einfach die falsche Taste drücke. Krass bin ich so gut. Alter, was bin ich hier gerade für ein Trickshotmaster, ey. Ich könnte doch auch irgendwie Granaten werfen. Hä? Äh? Weißt du, jetzt muss ich nachgucken. Ähm, Tastatur und Maus. Nee, dann ist es... Doch, das ist unsere Tastatur und Maus. Aber Tastenzuweisung. Ja, mittlerer Feuer... Mittel. Dann ist es... Bin ich doof? Jetzt weiß ich wieder, wie ich Granaten werfen konnte. Wow, super. Wow, einfach nur wow. Na endlich. Na komm schon. Oh Mann. Warum piepst denn hier Granatengedöns eigentlich nicht meines Nächsten? Das ist auch eine gute Frage. Die haben wahrscheinlich richtige Granaten und nicht nur solche professorischen Scheißdinger, wie ich sie mir baue. Na endlich. Oh Mann. Den Typ treffe ich niemals. Ich krieg da niemals ein freies Schussfeld. Nicht mal im Ansatz. Na endlich. Warum nicht gleich so? Na super. Also ich spiele oh wie der letzte Depp, ey. Es ist unglaublich. Was. Geben wir Feuer dort. Und drückung. Feier. Geben wir Feuer. Geben wir Feuer. Och, ne. Leute, was hat denn der für eine... Was haben die denn wenig für harte Rüstungen? Oh Gott, das war jetzt knapp. Das hätte dermaßen in die Hose gehen können, die ganze Aktion jetzt. Ich habe irgendwie schon das Spiel wie der letzte Folge. Bevor wir dahinter machen, will ich hier unten aber noch was gucken. Ich glaube nämlich, ich habe hier was übersehen. Das ist da. Ach ne, ist gar nicht zum Aufheben, aber das hier hinten. Dann sah es wahrscheinlich nur so aus. Was ist hier passiert? Ach du Kacke, der Ärmste, der tut mir richtig leid. Blut tropfte von meinen Händen. Als ich das sah, war ich starr vor Schreck. Ich kann dieser Mission ebenso wenig ausweichen wie meinen eigenen Händen. Oh Gott. Jemand hat ihm das angetan. Jemand hat ihn auf diesen Weg gebracht, als er klein war. Verwundet. Lager bricht. So wie das aussah. Moment mal. Ich weiß noch nicht. Hat Lara das überhaupt schon mitgekriegt, dass Konstantin diese Löcher in seinen Händen hat? Ich glaube ja schon. Ich glaube, wie gesagt, dass sich das ganz auf Konstantin zieht. Die Ernsten, ey. Die tun ihm richtig leid. Jacob? Ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof. Sind Sie da? Mann, wo ist denn Jacob? Der kann doch nicht einfach weg sein. Die Dinger sind zwar schick, aber... Ich habe übrigens mal gegoogelt, was Trinity überhaupt bedeutet. Das bedeutet so viel wie Dreifaltigkeit. Etwas makaber. Also zieht sich dieses Dreifaltigkeitsthema durch das gesamte Spiel irgendwie. Beziehungsweise halt durch das gesamte Franchise. Ich meine, das Dreigestirn von Atlantis. Wenn ich überlegen würde, würde mir da 100% noch was einfallen. Jo. Kann man mal machen. Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Gehen wir! Da kommt der raus! Hörst du! Wir haben sie! Wir sind auf der Schiene! Lass mich nicht entkommen! Das könnte echt knapp werden. Das könnte echt knapp werden. Ich bin auf der Schiene! Ich bin auf der Schiene! Die Schiene!